Hallo! So was ist jetzt hier wieder passiert? Gut gemacht, Micha! Welcher Andi? Wie ich? Ich war im Auto! Ich hab dich nicht totgeschlagen, ich hab dich nur leicht berührt. Zügel deine Zunge, Junge. Das ist ja kein Kinderspiel. Jetzt haben wir 18. So, toll! Danke, dass du mein Auto zerstört hast. Das finde ich alles prima. Wo muss ich denn hier? Kontakte. So. Also ich wollte nur mal sagen, wir sind in der Folge, ne? Ja, achso, ja, 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 hallo! Schönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen? Gute Nacht. Haben die das auch schon wieder verpeilt? Also ich muss hier echt nur mit Profis arbeiten. So, wo seid ihr? Ja, ich bin immer noch unter euch, das gibt's doch gar nicht mehr. Pass auf, Pussi! Doch, ne, der Caesar ist doch da vor mir. Steck ein! Ne, ich hab meinen Hubschrauber. Autocamp. So, was haben wir denn vor? Bisschen ausflippen? Ja, hier den Starten ist die beste Idee, den du haben kannst, unter der Brücke, Mann. Ja, dann steig doch mal ein! Ja, ich kann nicht, du hast keinen Zugriff auf dieses Fahrzeug. Ja, weil, warte mal, ich muss dich erst mal als Mitarbeiter einstellen. Mitarbeiter einstellen. Ähhh... Ich bin aber auch noch kein Mitarbeiter, ne? Ja, ich stell euch doch gerade alle ein. Habt alle eine Einladung bekommen. Geh weg! Wir alle mit dem Polizeiauto ankommen. Das war aber nicht abgesprochen, ne? Da fehlt noch einer. Ja, ich komme. Alter, jetzt steigt noch ein, Junge. So. Ja, jetzt bestes Ding zum Starten. Und jetzt? Jetzt hoch, komm! Hoch hinaus geht's heute. 3, 2, 1. Ey, da war rot, da war rot. Hallo. Junge, Junge, komm, das war ein Kavadierschlag, ey. Ey, da war rot. Du hättest nicht losfliegen dürfen. So, Herr Paktikant, wir müssen schießen. Herr Paktikant, was haben wir denn vor? Erzähl doch mal. Ähm, wir fliegen jetzt, äh, wild durch Lasontas und versuchen, so viele Sterne wie möglich zu holen. Und das müssen wir dann mal, äh... Vor... Ja. Auf jeden Fall, äh, versuchen, indem wir... Ja, Krawalle machen. Und dann so viele Sterne wie möglich holen. Also, Jungs. Randale! Auf sie mit... Auf sie mit Gebrüll. Äh... Randale! So, ein Stern haben wir schon. Ich kann manchmal gar nicht schießen. Warum kann ich manchmal nicht schießen? Weiß ich gar nicht. Ja, lass doch irgendeine Kreuzung nehmen und uns da hinstellen. Und dann, äh... Ja, ich bin da... ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Aber jetzt... Da kommen sie, da kommen sie doch schon. Wir haben einen Stern, ne? Zwei. Zwei. Wir können zählen. Zwei. Zwei. Fünf Sterne wollen wir erreichen. Ja. Ob das klappt? Ob das klappt? Es muss klappen. Jaja, muss, ne? Oh! Lass mir den Heli... Lass mir den... Ich kann nicht rausgehen. Red dich mal zu dem Heli bitte mit meiner Seite. Oh, da oben ist ne coole Rampe. Geil. Pass auf, du fliegst... Red dich mal weiter mit dem Heli. Fliegst gegen die Werbung. Andere Richtung. So? Nein, weiter, weiter. Ja? So? Warte, ich rede lang. Also, früher waren Sterne ja gut in der Schule, ne? Wenn da so fünf Sterne mit genauer... Wenn die Grundschullehrerin mir Sterne verteilt hat, war ich immer happy. Ja. Siehst du also? Wir machen ja alles für den guten Zweck hier. Das ist ja kack. Heli. Aber lass doch mal raus aus dem Heli. Das ist doch voll langweilig hier. Ich kann ja nix machen. Ja, aber der... Aber jetzt hieß er. Der daneben schießen. Hier. Wir müssen jetzt... Ja, ja, ja. So, alle hoch. Hier oben. Oben, ja. Ja, jetzt eure Panzer oder Granaten. Oh, geil. So. Hohentauben schießen. Ja. Nächster. Ganz normaler Mittag. Hier in Los Santos. Ganz normaler Mittag. Wo ist der Hubschrauber? Der hab ich ja abgeknallt. Mal wieder aussehen mit seinem Outfit. Denkt er wäre The Rock, weißt du. Oh, oh. Das war wie Mystery Castle. Ist wie Freefall Tower, nur ohne Tower. Ja, wo sind denn die fünf Sterne? Ja. Ne, vier haben wir. Fünf? Ich hab fünf. Ich hab vier. Das sieht aus, äh, hier. Bist du eben, äh, Inventar? Wir streichen die Stadt ein bisschen neu ein. Blutrot jetzt. Die Straßen werden jetzt blutrot. Ah. Schau nicht dran. Oh, fuck. Oh, da steht jemand. Kommt jemand. Jetzt nicht mehr. Der hat sich's anders überlegt. So. Alter, ich werd getroffen. Von wo? Alter! Hö! Die kommt da die Treppe hoch, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ja, ich lerne die nicht. Ja, man muss den... Die müssen sich das Ding durch den Kopf gehen lassen. Dann kommen sie aus. Dann kommen sie doch nicht mehr wieder, ah. Happy New Year! Huch! Wo war das nochmal mit Panzerung, Alex? Äh, unter M und dann Panzerung. Äh, Ski und da... Ah, Inventar. Inventar, ja. Ja. Frohes Neues wollte ich nochmal sagen, ne? Wenn's hier schon so schön knallt und so. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Fuck you! Wer sagt ihr Bitch zu mir? Bitch. Bitch. Biatsch. Wie! Guck mal wie der fliegt! Wow! Den hab ich runter geholt! Schön! Das war doch lustig! Boah, das war aber... Äh, Gott. Nochmal! Guck mal! Wie! Ab in den Dschungel! Guck mal! 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 Aber immer noch keine 5 Sterne! Ist ja lustig irgendwie! Ich hab 5! Ich hab auch 5! Guck mal! Boah, wer beschießt mich denn hier? Oh! Not! Beschießende Situation! Ja! Ganz... Oh, hier unten liegt aber ganz viel Müll rum! Müll? Ja! Hubschrauber-Teile! Braucht jemand welche? Falk mal bei Ludolfs an! Oder wir machen es wieder Europa-Park! Hubschrauber-Teile haben wir da! Genau! Aus GTA 5 haben wir da! Huch! Abholzer-Helikopter haben wir da! Uwe! Opel Corsa! Rückleuchte! Baujahr 97! Genau! Haben wir da! Haben wir da! Haben wir da! So! Ich komm wieder hoch zu euch! Aber hier sind auch Bullen! Ich weiß gar nicht, ob wir Freunde hier nicht haben! Jetzt habe ich 5 Sterne! Ich hab Selbstmord begangen! Äh! Äh! Ich bin auch da kein Afghane! So! Dann kommt mal wieder ein Hubschrauber! Hat er nicht gesagt! Oder? Hat er nicht gesagt! Was? Was hast du gesagt? Äh! Lol! Ich bin tot! Lol! Tschüss! Ich bin der einzige Überlebende! Ihr Bitches! Haha! Kameraden schweigt! Raketen! Auf geht's! Wo seid ihr denn? Huch! Seid ihr wieder auf dem Dach? Nee! Sehr gut! Hilfe! Ich werd verfolgt! Ich versuche jetzt mein Manöver hier! Dass ihr einsteigen könnt! Oh Gott! Wow! Kommt! Aua! Was? Und tschüss! Wow! Toll! Toll! Nein! 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 Hilfe! Was ist hier los? Guck mal! Ich hab die Sterne los! Ich bin der King! Oh! Auch nicht schlecht! Bei mir ist grad Caesar weggeflogen und dann stand er wieder da! Jetzt liegt er wirklich! Er ist müde! Muss man dem gönnen! Huch! Was willst du mit dem pinken langen Rohr doch nix! Ist voll nice man! Hallo! Hier ist ein swimming pool! Wo bist du denn? Zum trinken oder zum baden? Oh mein Schiff! Was hast du gemacht? Hab ich jemanden oben gebracht? Ja dich selbst! Oh ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Boah! Alter! Danke Micha! Was denn? Wegen dir brenne ich jetzt! Bist du auch mal heiß? Dann ist wieder nicht recht! So was ist jetzt grad der Plan? Überleben! Ja! Kann ich! Wir sind alle vor mir gestorben! Das heißt ich hab gewonnen! Juhu! Haben wir denn jetzt alle irgendwie 5 Sterne? Oh lol! Ja ich hab 4! Ich bin gleich tot! Huch! Oh! Oh Polizei! Ah ich wollt grad den Polizei in die Klausel! Das versuche ich schon seit die ganze Zeit! Ich nehm mal hier so'n... So'n Panzerwagen! Tschüss ihr Bitches! Wer ist denn hier hinten? Warte ich hab grad ein Spezialfahrzeug! Ich hab grad ein Spezialfahrzeug! Oh! Warte ich hab grad ein Spezialfahrzeug! Was machst du? Oh ne! Jetzt steht meine Karre da oben! Ja! Ich verschließe! Ja komm steig ein! Ich nehme hier diesen schönen tollen Smart! Verpiss dich! Das ist mein Auto! Ich hab den besten Stuntmove gemacht gerade! Klappt nicht so ganz! Ja! Ich kann das das nicht nennen ey! Das ist ultra! Huch! Ah da ist die Karre! Boah! Ne! Wie ist der? Meiner! Juhu! Bregen wir mein Auto her bitte! Was ist denn? Hinter dir! Wow! Null! Ich hab's nur vom Weitem gesehen! Ja nehm! Dem Andi ist schlecht geworden! Hat sich hingelegt! Ja! So! Startet das Ding jetzt hier! Komm! Wo seid denn? Was habt ihr denn da jetzt? Habt ihr noch irgendwas Spezielles? Ein Smart! Ich hab was Spezielles zu wollen! Stop! Polizei! Alex wollen wir nochmal darüber sprechen, warum bei dir alles pink ist? Oder sollen wir das lassen? Lassen wir uns! Die Karre geht erstmal ab! Das ist süß! Micha! Wo bist du? Äh! Ich bin hier! Aber ich suche gerade was Spezielles! Ja lass mal hier irgendwie zusammen bleiben! Ja warte ich komm wieder! Ruf mal Läster an! Andi! Ich Läster aber nicht gerne! Der hat wahrscheinlich niemand! Oh fuck! Ja komm der mal ran hier! Ja ich hab grad ein Auto angefordert! Hallo! Alter die rammen mich hier weg wie ein Autoscooter! Hahahaha! 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 Oh oh! Ups! So wo seid ihr denn? Ah da! Hier hier! Hier! Ne ich kenn die Karre! Pfff! Ich komme! Alter! Ernsthaft jetzt! Ich komme nicht mehr! Hahahaha! 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 Äh! Gut! Ja! Ich sollte vielleicht erstmal Geld einzahlen oder? Oh! Äh! Falsche Taste! Hallo? Handy! Was ist das Handy? Wieso werde ich beschossen? Das hab ich aber gar nicht gemacht! Allein wegen dem Auto! Ich steh hier nur rum! Lass mich! Hahahaha! Brauchst du deine Medikamente oder sollen wir dir was bringen? Ist alles okay? Bring mir was, bitte. Herrlich. Huch. Yeah. Martoff. Der, ich glaub der muss, der muss mal kurz ins Krankenhaus, kurz mal was nähen, kleine Schlöpfwunde. Kleine Platzwunde. So, sind wir alle die Sterne los? Ja. Nee, ich hör was anderes. BUM! Danke, den Praktikanten. Oh, da fällt was runter. Was soll das? Was soll kriminell hier? Äh! Nein! Wow! Tu das nicht! Ich wart auf dem Bus. Ich wart auf dem Bus. Anja. Warte, ich wart mit, warte. Guck mal, ich hab ne Garage. Wer ist das? Was für'n Basketballer? Ach egal. Oh! Ich hab mich selbst in die Luft gespenkt. Ehhhhh. 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 Ich f- Wo kann man denn nochmal diesen Panzer anfordern? In meiner Hose. In meiner Hose. Wo hast du? Guck mal, wir sind ein Zug! Hahaha. Fahr mal rein. Ja. Du kannst ja nen Panzer immer anfordern. So, was gibt's hier? Evolution. Aha. Ja, geschah! Ach, verdammt. Äh, ne... Ach so. Oh, Chinesen direkt. Oh. Ich muss mal. Ja, komm, wir gucken uns hier. Oh, schöne Werbung. Ich will da rein. Ich will da rein. Nein. Ich glaube, da ist ne Dingenswall. Nee, dazu. Das dauert. Ja, lass mal das Auto rüberheben. Einfach. Oh, das ist so riesig. You're at here. Alter, wie hell das hier ist. Ja. Alter, ne, ne. Nein. Eins nicer Boy. So, wie... Wer ist das? Das ist der Andeli, ne? Ja. Ja. Was machst du hier? Pinkelst du, ne? Ja. Ich hab über die Brüste gepinkelt. Ihh. Über die Brüste? Über die Brüste. Okay, Leute, ich hab Probleme. Äh, du meinst wir. Ja. Ja. Vielleicht gehen wir jetzt zu Fuß hoch, oder? Ja. Oh, oh, oh. Wie sind die anderen jetzt? Hahaha. Die warten immer noch auf den Bus. Die Bullen gerade. Ah. Hahaha. So, stopp. So, jetzt sind wir bei alle Sterne los. Ja, ne? Ja. Ja. Denn jetzt, jetzt haben wir Ruhe und Kunst verabschieden für die nächste Folge. Oh. Hahaha. Hahaha. Ja, du bist so ein Vogel, ey. Was soll das? Lass mich in Ruhe. Ja, also. Tschüss. Ja, wir sehen uns an der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Oh. Aber du Pänner, du, ich hab dich kaputt. Untertitelung des ZDF, 2020